Nummer. Oh Mann. Na, ich hab... Komm noch Platz. Ich hab meinen Beutel noch. Na, geh mal mit, da ist schon voll. Zu viel Stäbe. Ja, Stäbe sind doch schrecklich. Ich weiß nicht wie bei Loki. Bangas der Goethe, so ist. Da haben wir keine klassischen Invita-Plätze, sondern einfach nur... ähm, Slots. Was soll ich hier verkaufen? Ich komm mit! Okay. Obwohl ich schloss auf diese eine Fledermaus, die gerade auf mich zugeflattert kommt. Flatter, flatter, flatter. Obwohl ich muss, eh nach Delphin, mein Zeug. Also hier die... Link Charms. Ablegen. Hm. Und irgendwas anderes. Kennst du Simoni denn? Nein, ich kenn nicht als Simoni. Ich hab doch Stäbe eingesammelt! Oh Gott, this happened to me. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Nein, du kannst mir nicht helfen, Herr. Mir ist nicht mehr zu helfen. Wie heißt du überhaupt? Aristonus. Nein, du kannst mir nicht helfen. Nicht Aristoteles. Keine Ahnung, die Namen sind ewig Schall und Rauch. Hm. Wie du meinst? Ja. Gut, war schon mal diesen gefährlichen Kriegslager auf dich. Gefährliches Kriegslager. Ich war mir schon, was das damals für eine Stadt war oder Festung. Lass mal neuen Helmern ziehen. Ich mein, jede Ruine war damals nicht ein Gebäude oder ein Staat. Angriffsgeschwindigkeit. Ich kann es nicht, Höhlenmusik habe in den Rücken. Höhlenmusik. Ja, die Flammen hatten wir echt schon. Ja, passen wir. Gott, wie ist es so klug, dass er sich das gemerkt hat. Auch für Waffen. So wie ich damals bei meinen, äh, Batman Arkham-LPen. Ja. Meine tausende Zettel. Störe mich jetzt nicht, ich brauche Kunden. Ja, du musst nur die ganzen Relikte und Talismane aufschreiben, welchen Kapitel die vorkommen. Tschüss dann. Ja, tschüss dann. So im Grunde, oder von welchen Monstern die stammen. Zum Beispiel Dämonenblut kommt nur von Dämonen. You don't see! Oder... Fledermauszähne gibt es nur von Fledermäusen und Kiesel. Lockte das, ey, ich komme zurück und... Weltuntergang. Happy Ragnarök. Oh je. Ja, apropos Harald. Ach, Kiesel ist wieder tot. Och. Oh man, Begleiter-KI muss ein bisschen optimiert werden. Stört uns nicht. Wie ist es so aggressiv? Stört uns nicht, wenn wir Kisten looten. Ach, schon verloren. Defensiv. Was ist überhaupt? Woher bringen wir das überhaupt was? Mal untoten. Die haben... Können da keine Blutungsschaden bekommen. Da habe ich auf Defensiv geklickt und... Ach. Nicht mal alleine. Ist eh nur Dornen. Ist eh nur Dornen. Hm. Ist eh nur Dornen. Ist nur eh nur was für die Verteidigung. Ach, wir brauchen keine Verteidigung. Ich brauche nur Entfernung. Ach, hier ist die Zapferkeit wieder. Ganz viel Zapferkeiten. Zombie, oh nein. Verbrennt, ihr Mundtoten. Verbrennt meine mal reinigenden Flach... Yay. Ob so ein Kiesel kriegt auch Erfahrung. Ja, vielleicht kämpft ihr dann besser. Sterbhauptmann. Keiner mag dich. Wäre cool, wenn die mitleveln. Hm? Es wäre cool, wenn sie so automatisch mitleveln. Ja, wäre toll. Das sehen wir unten. Noch. Darum geht es ja nur weiter ins Innere der Festung. Das Innere. Wollen wir da reingehen? Ins Innere? Ja, es gibt dann noch mehr Monster, die vernichten können. Juhu. So viele Monster zerstören. So viele Monster. So viele Skelette. Oh, ja. Komm schreien. Ich habe gerade wieder die Glados-Stimme. Ja. So viele Tests. Oh, unsere Skelette, die anstehen und zu sterben. Warum ist das Untot? Die sterben schon wieder. Ach ja, unser Portal zwei zusammen. Meine CD! Ah, verbrennt. Level up, boo! Yay. Naja, ich hatte ja schon wieder vor dir. Ja, ich habe ja immer vor mir. Du weißt ja, ich mache immer, ich muss alles vormachen. Dass man nicht da runter kann, ist so nervig. So, jetzt brüdern wir die Ruinen. Wenn ich nicht irgendwo feststecken würde. Ach, schon wieder so ein schwuler Stab. Ach, gehe ich mal zweimal aufleben. Zweimal aufleben, zweimal aufleben. Sechs ungenutzte Fähigkeitspunkte habe ich irgendwie an einem Level nicht gemacht. Keine Ahnung. Weil mir Durchschlagsschaden und Blutungsschaden für... ...dem wir verursachen dürfen. Kann ich jetzt eigentlich schon zwei? Kann ich ja jetzt einen Boden nutzen. Nein. Ich wollte zweimal die Stärke. Ich probiere jetzt aus, auf welchem Level. Mach ruhig. Immer noch nicht. Hm. Gleich ab der Hälfte. Äh, was ist die Höchststufe? Sechzehn? Sechzehn, ja. Und ich bin gerade bei sechs. Hm, entweder bei acht oder zehn. Ah, ich lasse erstmal auf sechs. Ich lasse erstmal auf sechs lassen. Komm, ich mach das mal. Weil ab Stufe 20 kann man nicht den dritten Wolf... ...müsste glaube ich ab Stufe sechs, vielleicht. Nee, nicht Stufe sechs, sondern Stufe acht vielleicht. Egal, weiter. Es wird schon irgendwann ein Nächster kommen. Also es kieselt halt noch ein bisschen stärker mit seinen Level sechs. Vorwahl Level drei am Anfang. Wo er noch im Widersteher schnell sterben wird. Zu Lacon. Verbrennen meiner Flamme. Oh Gott. Hab ihr gesagt, Kiesel stirbt? Oh Gott. Oh Gott, da ist er knapp. Na gut, es war ein ziemlich gefährlicher Heldenmon. Boah, sie haben jetzt immer öfter auftauchen. Das war eigentlich... Das war eigentlich nichts Gutes. Nichts Gutes, ja. Ah, die haben sogar einen Lager vorher aufgeschlagen. Okay, zwei. Na hier, Hexenverbrennung, ne? Habe ich ja vorhin gesagt. Na ja, links. Da ist ein nationaler Weg. Hat Menschen auch noch. Ich habe doch geheilt. Kiesel, akzeptiere meine Heilung. Ich meine es nur gut mit dir. Ah, Checkgang, nimmst du wieder Blitzdiensten? Hast du noch mehr Blitzdiensten? Schau mal näher bleiben. Hier ist ein goldes Fies. Golde Sachen. Nein, der Gerät. Ah, jetzt verbrennt er mich auch noch. Ah, du warst noch am lieb. Hör auf zu leben, Radmensch. Hör auf zu leben. Welche nette Aussage. Hör auf zu leben. Ah, das wusste dich. Hier ist ein bisschen Zug. Na ja. Schwarze Hand. Zelte. Hände. Ja. Hände. Weiter durchkämpfen. Ja. Und Säule sei nicht im Weg. Oh nein. Lockiere nicht meine Sicht. Das ist unhöflich. Ach, ein Wurfmesser. Messerchen. Aber es tanzt gerade. Oh, ich habe ja eh meinen Skelettpfeil. Oh je. So viele Rattenmenschen hier. Und eine Truhe. Und noch mehr Flammen. Spassend für mich, dass ich die ganze Zeit alle Gegner verbrenne. Brennt in Feuer in der Hölle. Ja, was dann da, was Neues. Wow, Kiesel. Stay alive. Weißt du nicht, ein Song? Nein, das ist still alive, der Song. Nicht stay alive. Hermes Sandale. Die ist aber neu. Was sehr schön ist. Der Götterbote Hermes ist der schnellste der griechischen Götter. Er ist für seine geflügelten Sandalen bekannt. Kann ausschließlich Beinschürze verzaubern. Plus 5% Bewegung. Ja, Laufgeschwindigkeit. Irgendwann wird Rappi wieder meinen Staub fressen. Nicht, wenn du zuerst seinen Staub frisst, Jacken. Hm. Wer weiß, vielleicht kriege ich schon deine Ausrüstung. Hm. Statuen und sogar von einem Zyklopen. Cool, dass die Leute hier Statuen aufgestellt haben. Ja, sogar von so einem dicken Zyklopen. So aussieht, als ob es ein Sonnenlicht blenden würde. Ja, er ist Gamer. Er hat so lange in seinem Aufnahmeraum verbracht, wo es recht dunkel ist. Oder er hat etwas ins Auge bekommen. Ein Skelett. Ja, der Staub, den er gefressen hat von mir. Ah ja, die... Da oben... Da oben ein Skelett und da unten ein Zwischen... Jetzt nicht mehr. Zwischenaus ein Skelett. Ja, die spawnen manchmal in so ungünstigen Stellen. Wirklichhaft. Äh, Leben. Ah, wir brauchen kein Leben. Leben? Leben? Ja, meine Brune. Stärke und Bewegung. Aber sie heißt halt Drohne des Lebens. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, Rappi braucht kein Leben. Ich brauche Intelligenz. Nicht ein Leben. Das schnitzt das Stab des Frostes. Komm, der ist grün. Ist wertvoll. Das ist der Gegenstand. Die sind jetzt immer wertvoll. Noch mehr... Dinge verkaufen. Wenn sie sich wieder was für Rappi kaufen muss. An Armbänchen. An Armbänchen. Wer toll weglaust, weshalb ich nichts kaufen kann. Damit ich es für dich kaufe. Genau. Revanche, ne? Mhm. Ne, nicht Revanche. Ähm... Doch, nennt man Revanchieren. Revanchieren, ja. So, verbrennt. Und hinter eine Mauer, die einfach so da hinten, da rumsteht. Mauer, Mauer, Mauer. Die Mauer muss weg. Ja, reißt sie nieder. Gehörte Entwickler. Nein, das ist ein Scherz. Nicht abreißen. Doch! Abreißen macht dir mehr Spaß. Und beschweren sich das Spiel bei mir, du. Okay, da rum ist er liegt, ja. Jetzt gehst du noch nicht hier weiter. So viele Statuen. Mit diesen komischen Statuen. Höhle der Pythia. So. Flatsch. Halt nicht... Hallo! Gorgon-Königin. Eureale. Gorgon-Königin Medusa. Müssen sie es Eureale erledigen. Sie halt die andere. Eureale. Oh, das ist schwierig. Oh nein, ich bin versteinert. Zwei Rappensturz. Wer ist die Nahkämpferin? Steno. Medusa! Ja, sie versteinert. Das ist halt. Die meisten Sachen sind meil. Ne, für Bogenschützen. Ach, ich habe wieder den Spiegel. Neues. Noch mehr kannst du nicht halten. Noch mehr kannst du nicht halten. Was mein Cuppack voll ist? Ich will schon ein bisschen langsam. Was warst du denn schon? Ja, wer bist du denn? Du warst ja vorhin einen Stein. Ich bin gesperrt. Okay, Rappi, wir reden mit Feil. Feiern. Ich kann nicht glauben, dass die Gorgonen mich ausgetrickst haben. Der Jan! Hast du von dem Talkine gehört? Er ist ein großer Kauberer, der Bestien und Monster beschwören kann, damit sie rauben und zerstören. Mein Dorf wurde von diesem fürchterlichen Talkine angegriffen. Alle wurden getötet. Oh. Außer mir. Mit Leid. Ich habe ihn vom fernen Osten bis hierher verfolgt. Ich hätte mich ja auch schon gerecht, wenn diese Gorgonen mich nicht fast in den Osten verwandelt hätten. Ja, warum willst? Ach so. Inzwischen wird die Stadt wohl schon belagert sein. Wenn du diesen Talkine sehen möchtest, dann musst du ihn besser vor mir finden, denn ich werde mich rächen. Immer diese Leute, die sich rächen wollen. Ach, äh, ist Blut. Dein Gepäck ist voll. Das sehen wir jetzt nicht. Moment, die sind nach Athen marschiert? Oh, scheiße. Wir müssen da schnell hin. Ich muss hier die Stadt auszulöschen. Athen. 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 Ja. Ja. Erstmal verkaufen und dann nach Athen. Und dann nach Athen reiten. Ja. Diesen Choroteten setzen. Ja. Helme aller Sorten. Oh, kann ich dir helfen? Ja, ich muss alles Mögliche damals schon machen. Gesundheitsregeration 2. Das sind... Ah, bessere Rüstung. Also ganz süßige Energie, das ist ganz nett. Oh, ich habe einen... Ach, sie schwächer. Gründerischen Großhelm mit Giftwiderstand und Gesundheitsregeration. Falls du haben möchtest. Ich wollte schon sagen Glückwunsch. Blitzwiderstand plus viel Stärke. Vielleicht mal gucken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das ist ein bisschen sonst aber für mich. Soviel veröffentlicht. Das ist alles gleich. Na ja, war ich schon mal für dich. Oh, für mich mal halt. Ich möchte so nett sein. Oh, abisch nett. So, mein totaler Reisdicht und Schädigungs. Abisch nett. Ganz nett, ja. Noch ein Reisdorn, Schild, die verstaut werden wollen. So hat er euch die Schildruppe. Giftwiderstand. Laffen verzaubern. Na ja, ich weiß, wenn ich die anderen retten konnten. Immerhin eine Person. Man kann nicht jeden retten. Hm. So, die Sandala. Wir konnten nur noch den Loot retten. Das ist das Wichtigste. Skull mit Flin. So, Lalo. Und Blitze. Ja, ein vollständiges. Juhu. Archimedes Spiegel. Archimedes war einer der größten Philosophen und Wissenschaftler Griechenlands. Kann nur Schilde verzaubern. Vier Prozent Wahrscheinlichkeit für hundert Prozent Schadenreflexion. Das ist doch sexy. Und es gibt ja höhere Stufen davon. Sexy, sexy, sexy. Reguläre liegt vollständig. Das kommt weg. Aber stimmt. Und vermute ich so um die 50 Prozent Schadenreflexion. Tränke, Beinschienen, komm bald wieder. Tränke, Beinschienen, komm bald wieder. Ja. Was? Tränke und Beinschienen sollen zurückkommen? Ja, entweder bin ich Tränke oder Beinschiene oder Kiesel ist Tränke oder Beinschiene. Ja, Kiesel, komm mal wieder vorbei, um was zu einkaufen. Einzukaufen. Ja, Tränke und Beinschienen. Er hat ja zuerst gesagt Tränke. Also ich bin Tränke und Kiesel ist die Beinschiene. Vielleicht. Beinschiene. 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 Ich tritt hier gleich gegen die Beinschiene, Kiesel. Ah ja, was hast du sonst zu sagen? Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. Ich habe Dinge zu erledigen. Was sind das denn für Dinge, die du erledigen musst? Keine Ahnung. Oh, noch mehr. Bedusen. Schlauern! Äh, Gugonen. Bedusa war der einzige. Gugonen-König oder so. Äh, wie viel haben wir jetzt schon aufgenommen? An Uhrzeit. Wir haben vor sechs angefangen, ne? Ja. Äh, zwei Stunden, 15 Minuten. Mh, König. Na gut. Äh, weg. Äh. Ah, blutlasser. Oder blutlaser. Das ist ein epischer Spiel. Ja, plus 22% physischer Schaden, plus 16% Durchschlagsschaden, 18 bis 30 Schaden durch Blutung für drei Sekunden, 0% Blutungsschaden und um plus 104% längere Dauer 15, also plus 15 Angriffsqualität. Aber halt ein interessantes Design. Oh ja. Interessant, interessant, interessant. Noch mehr Schlangen! Räume mal die Höhlen von diesen Gugonen. Dann geht's in die Kammer des Schreckens. Oh nein. Gehst du in die Kammer der großen Forst des Spinnen? Och, nö. Sag's dir, Kammer des Schreckens. Hahaha. Kiesel, lass dich nicht verbrennen. Ähm, ich hab jetzt überhaupt gar nicht drauf geachtet, dass Kiesel stirbt. Ja, also meine persönliche Kammer des Schreckens ist dann in Thief 2, Metal Age. Ne, True Arts House, wo du mich gewarnt hast, dass ich ja nicht auf den Knopf drücken soll. Ja, stimmt.